Hallo, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Infokanal rund um Minecraft, Bucket, Tech-Kit, Feed the Beast, Mods, Plugins, Texture-Packs, Server-Packs, Server-Konfigurationen. Ja, hallo. Das hier ist ein Diahol 20 Server. Und ich zeige euch mal ganz kurz, das ist ein bisschen außerhalb dessen, was wir bisher gemacht haben. Und zwar ist das ein anderer Server, auf dem ich jetzt bin. Das ist ein sehr interessanter Server von der Idee her, aber auch ein bisschen schwierig. Und man muss halt sehen, dass man damit klarkommt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mir jetzt auch eine Base geschaffen habe. Ganz am Anfang, wie ihr seht, ich habe noch ganz wenig, ich habe zufällig in irgendwelchen Hüllen hier und solche Orbears gefunden, mit denen ich jetzt ein bisschen Eisen produzieren kann. Und also das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Ich habe also mir auch so eine Eisenrüstung schon zugelegt. Hier ist schon auch etwas geschädigt. Aber ich bin auch schon hier, Bett, also ich kann auch schon rumfliegen. Und bin also jetzt dabei, hier meine Sachen so ein bisschen zu ordnen, weil ich also noch gar nichts habe, was mit dem ich ordnen könnte. Kein ME-System, keine Logistikpipe, kein gar nichts. Was mich aber motiviert hier, um euch dieses Ding zu zeigen, ist, dass die hier eine spezielle YouTuber-Kultur haben. Also so nach dem Motto, die machen Events. Ja, wer schafft es, 100 Views im Monat zu bekommen, der bekommt hier irgendwelche Sachen, also im Sinne von Ranks oder was weiß ich nicht, welche Items oder so. Naja gut, man muss jetzt halt sehen, wie sich das entwickelt. Und ich habe mir so vorgestellt, ich fange jetzt mal einfach hier auf dem Ding an und baue mal ein bisschen was. Ich bin jetzt gerade dabei, mal hier so ein bisschen Holzbude zu machen, damit ich also überhaupt irgendwas habe, mit dem ich Energie machen kann. Aber ich habe auch schon ein bisschen Eisen gefampt, wie ihr seht. Und mir auch schon was zu essen besorgt, aber das ist natürlich auch so eine Sache. Der Vorteil hier, bei diesem Server ist es, die Spawnrate von Box ist also nicht so weit runtergedreht, wie das sonst üblich ist. Das ist ein Server, der ist in Deutschland, aber ist natürlich auch ein wesentlicher englischsprachiger Server. Das macht ja auch Vorteil, es ist ganz lustig, dass man auch mal ein Netzwerk bilden kann, was global ist oder zumindest in Europa so ein bisschen. Und ja, ich bin da mal ganz gespannt drauf. Also das werde ich sicher nicht mehr Zeit lang hier auch machen. Natürlich werde ich die anderen Projekte weiterentwickeln. Aber das hier ist auch auf jeden Fall sehr interessant, dass man hier auf diesem YouTuber-Server, also sagen wir mal, nein, anders, auf diesem Server eben als YouTuber auch was machen kann. Man macht eben hier Videos und lädt die auf seinem Kanal und verlinkt die dann hier. So weit bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Ich habe das nur auf der Seite von denen gesehen, dass die das halt machen. Und ich bin mal ganz, ganz gespannt. Ich werde euch heute darüber informieren natürlich, wie das ist hier. So stückweise. Das ist jetzt erst mal nur der erste First Impression sozusagen von hier. Und wir sehen uns dann, wenn ich ein bisschen weiter bin, weil es macht auch so sehr wenig Sinn, dass ich hier zukünftig am Rumpf haben bin. Das bringt ja nicht so viel. Aber gut, okay. Wie gesagt, wir sehen uns und ich denke mal bei Gelegenheit auch vor allem bei einem richtig schön Tutorial. Keine Frage. Das kommt auch danach. Bis dann. So, nach den Anfängen hier auf diesem Server bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Und da dachte ich mich, bauen wir was unter Wasser. Ich habe mich da schon ein bisschen umgeschaut auf dem Server. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich landen will. Aber ich denke mal, ich habe eine große Wasserfläche gefunden, die geeignet ist dafür. Und ja gut, wir werden sehen. Ich werde da mal hinfahren. Ich habe ein bisschen Sugarcane bei, sodass ich runtertauchen kann und mir unten Luft bauen kann. So, dass ich da hoffentlich nicht ersticke. Wenn, dann habe ich Pech gehabt. Aber gut, irgendwie. Wie? Oh, hier sind ein paar Kühe. Die kriege ich aber. Was ist das hier? Ein ehemaliger Vulkan. Na gut, schauen wir mal. Ja, Kühe. Es ist was zu essen. Das ist immer gut. Kann man ja gar nicht genug von haben. Also her damit. Ja, komm, ist klar. Ich hätte gerne jetzt. Nein, ich will jetzt nicht absaufen. Muss ich die von unten da schlagen. Pass mal auf. Damit die mir nicht hier. So ungefähr. Genau. So, wie viel habe ich? Nein, ja. So viel war es jetzt nicht. Da hinten ist noch eine Kuh. Oh, ein Hühnchen. Na ja. Guck mal, was da ein Spinner hier ist. Gut. Mal gucken, ob wir die von unten erschlagen kriegen. Ja, das passt schon. Da war noch eine. Die sind bestimmt irgendwo ausgebrochen aus irgendeinem Auto-Spawner. Und mich sollte es ja wundern, dass dieser Server längerfristig einigermaßen stabil bleibt. Auf die Art. Gut. Werden wir sehen. Ist nicht das direkte Problem. Oh. Nette Gegendchen. Gut. Aber ich wollte mich weiter kümmern hier um unser neues Zuhause. Ihr seht hier auch unten auf dem Boden immer wieder solche Drusen, wo solche schönen Sachen drin sind. Vor allen Dingen solche Berries. Leider kann ich da jetzt noch nicht runter, weil ich noch keine Power-Arme habe mit Atmung. Aber das werde ich natürlich haben. Und dann werde ich natürlich XP haben ohne Ende und auch alles andere. Schauen wir mal. Das hier ist ein anderer Server, wo ich letztens drauf gespielt habe. Der ist erstmal außer Betrieb. Da gehe ich natürlich wieder drauf. Ist klar, den lasse ich ja nicht alleine. Aber vom Prinzip her erstmal machen wir hier einen Neuanfang. Ihr könnt gerne mitmachen. Ich möchte gerne so eine Art Unterwasserstadt bauen. Hier ist ja wieder eine Landfläche, die ich noch nicht kannte. Gut. Also ich werde hier mal einfach durch. Und ihr seht, da unten ist ein Echsenhorst. Wow. Schauen wir mal. Das sieht ja gar nicht falsch aus. Das ist gerade schon abgegrieft. Das ist schade. Da müssen wir halt mal gucken. Gut. Das ist ja kein Thema. Wir werden das alles wieder organisieren, dass uns nichts fehlt hier. Ein bisschen schwierig ist das hier mit den Enderperlen. Für die Endergeneratoren. Weil dazu muss man ja ins End. Und das mit dem End ist ja so eine Sache. Kommt man zwar hin. Aber die haben kein zentrales Endportal hier. Und die Portale, die es gibt, sind möglicherweise geklemmt, sodass man da gar nicht rein kann. Das muss man mal sehen. Also ich war jetzt letztens mit jemandem da in diesem End und es hat geklappt. Aber da konnte ich mir dann wohl keinen Homepunkt setzen, weil ich nur einen Homepunkt hier habe. Das ist ja auch ganz nett hier. Was ist das hier? Was für ein Hexending? Das ist ja auch nicht falsch. Wieso kommt da jetzt keiner raus? Das ist aber schade. Na gut, machen wir uns jetzt keinen Kopf drum. Wir wollen da eigentlich unser neues Zuhause suchen oder aufsuchen. Ihr seht, da unten kommt schon oben in der Karte hier so ein Wassergebiet zum Vorschein. Und ich denke, das fängt jetzt hier an. Das haben wir so ein bisschen Küste hier und dann geht es runter. Und ganz tief unten, da will ich halt hin, um mich da auszubereiten. Jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir das natürlich möglichst weit weg machen von anderen, weil hier dieser Server ist also nicht so ganz, sagen wir mal griefsicher, beziehungsweise hier gibt es Leute drauf, die sich auf die Pfeile geschrieben haben, griefen zu gehen. Und es soll angeblich ein Plugin sein hier, das einigermaßen Begriff Sicherungen schafft, das heißt MyTown. Bin da allerdings noch nicht so ganz von überzeugt, weil es auch ein bisschen umständlich zu bedienen ist. Oder sagen wir mal so, die Regelungen, die hier auf dem Server bestehen, sind mir nicht so ganz klar. Ja, das ist auch durch den doch etwas schwierigen Service hier auch nur schwer nachzulegen. Schwierig deswegen, weil die haben kein Tipsby und irgendwie sowas anders. Aber gut, da kommen wir dann auch noch hin oder hinter, kein Problem, irgendwie, irgendwann. Aber zur Vorsicht halt, werde ich natürlich vorher erstmal mich sehr weit weg machen von allem, was es so gibt, damit man also hier keinen Stress mit diesen Leuten hat und mit Nachbarn. Ja gut, und dann ist natürlich schnell Powerarmor, das ist das eines der wesentlichen Ziele hier, damit man halbwegs sicher ist. Ich bin ja jetzt als Betty unterwegs, also als Fledermaus, das geht ja schon mal halbwegs, da kommt man nach voran. Aber das ist halt nur die Hälfte der Wahrheit, also gut. Ich werde jetzt hier gleich mal runtergehen, das heißt, ich bin ja hier in dem Gebiet, wo ich schon mal war und werde mir jetzt hier so eine Stelle suchen, die mir irgendwie einigermaßen sinnhaft erscheint. Mal gucken, ob man hier unten irgendwas auf dem Boden erkennen kann, was einen reizt, da runter zu gehen. Das sieht so ein bisschen nahrwässig aus. Aber gut, wir können ja mal versuchen, hier runter zu gehen. Das Problem ist dann halt, an der Stelle, dass wir runtergehen müssen, wir haben nicht genug Sauerstoff, natürlich zum Atmen, ist klar. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir da unten entweder Sauerstoff finden oder wir müssen halt hier dieses Sugarcane-Zeug irgendwo hinpflanzen können, was ja auch nicht so ganz so einfach ist, weil nämlich dazu braucht man ja auf jeden Fall irgendeine Art Untergrund. Das werden wir aber schnellstens hinkriegen, hoffe ich. Man muss ja nur zwei übereinander pflanzen, aber ich gehe mal runter, vielleicht hat man ja Glück, dass man unten sogar was findet, wo man hin kann. Das werden wir jetzt mal sehen. Noch bin ich nicht weit genug unten, um hier was sehen zu können, überhaupt am Boden. Wenn wir Pech haben, sterben wir auf dem Monat auch, weil es so tief ist. Ich sehe hier überhaupt gar nichts. Ich glaube, das ist schwierig hier. Ich gehe mal wieder weg hier. Das war klar. Das war klar. Jetzt habe ich leider überhaupt keine Ahnung, ob ich jetzt hier unten bin oder wenn ich unten bin, wie tief das hier ist. Ich muss mal gucken hier direkt. 23, 23, 23, 29, 28, 28 bin ich unten. Gut. So, dann machen wir doch mal zwei Sekunden. Jetzt muss ich mir ja erstmal wieder Sachen besorgen. Okay, also ihr habt gesehen, man stimmt hier relativ schnell auf dem Server. Das liegt natürlich daran, dass ich noch keine Unterwasserausrüstung habe. Oder ich könnte mich ja auch als, äh, kann ich, habe ich die Möglichkeit, mich schon als Tittenfisch zu verkleiden, dieses Morphing. Mal gucken, was ich hier als Morphing habe. Ich habe ja schon vieles, aber Tittenfisch noch nicht. Mist. Okay. Nee, dann werde ich mich da als Tittenfisch, äh, verdingen. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal ein Schwert besorgen und dann gehe ich erstmal Tittenfisch, äh, jagen. Oder irgendwie was. Gucken wir mal, ob wir irgendwo ein altes Schwert irgendwo haben. Haben wir nicht. Was ist das für ein Mist hier? Da ist ein altes Schwert. Na, guck mal an. So. Und hier nehmen wir auch eine Spitzhacke mit für das Grab. Und dann, äh, ja. Gucken wir mal, wir werden jetzt erstmal Tittenfische jagen. Na, ich komme hier besser raus, ne. Schüss, auf diese Idee hätte ich ja vorher kommen sollen, ne. Das war ja wieder blöd. Aber gut. Jetzt gehen wir erstmal Tittenfische gucken. Ich sage mal so, letztens habe ich so viele Tittenfische gesehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, beim Bootfahren, als ich da runtergefahren bin. Aber, äh, jetzt ist es natürlich so, wenn ich welche suche, äh, findet man keine. Das ist natürlich immer dasselbe. Ja, es gibt schon ein paar Leute hier auf dem Server. Aber es wäre ganz nett, wenn man hier zusammen spielen könnte. Also, das ist ja so ein Server hier, wo es also auch YouTuber-Rank gibt. Also, wo man sagen kann, naja, gut, ich habe ein paar gute Videos hochgestellt. Von diesem Server natürlich. Und, äh, dann bekommt man nachher so ein Video- oder YouTuber-Rank, wo man dann auch so verschiedene Vorteile hat. Schauen wir mal. Hier sind doch schon mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, da, du bist jetzt genau, du bist genau das, was ich brauche. So, und jetzt werden wir erst mal das testen hier. Wie geht das jetzt? Muss ich mal die richtige Taste suchen. Und Enter. So, da müsste ich jetzt eigentlich unter Wasser kein Problem mehr haben. Schauen wir mal. Aber das ist mit Fly natürlich schlecht, ne? Alles klar. Gut. Das heißt, ich werde jetzt erst mal den Kollegen hier abnieten. Damit der also schon mal von vornherein, ne? Unsere Sachen abgibt. Okay. Und dann machen wir weg, denn ich hatte ja das Back noch nicht, äh, aufgehoben. Aha. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir da unten das Grab finden, ne? Also, da möchte ich ja schon mal eine Sachen wieder haben. Wenn es irgendwie geht. Oder ich muss mir da unten erst mal Luft schaffen und dann, äh, Licht. Und dann muss ich ja sowieso ausbauen und dann werden wir weiter sehen. Wie war er? Nur eine 8. Das heißt, bin ich unten. Das kann man natürlich leider hier gar nicht erkennen, was hier Sache ist. Sehr schlecht. Sehr günstig. Sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Ähm, gut. Das heißt, ähm, was hat er denn jetzt hier? Oh ne, schon wieder. Ich war noch als Tinkenfisch unterwegs. Das hat er denn für Mecker zu meckern dabei. Jetzt reicht's aber hier. Das ist nicht gut. Und wenn ich jetzt was anderes mache und von hier als Nichtwert zurückgehe, dann verliere ich den Punkt, wo ich da war. Okay. Das ist nicht gut. Das ist ganz schlecht. Und das dann lieber da sterben und nochmal einen Hohpunkt machen. Aber einen Hohpunkt gibt's da ja nicht. Wir haben ja nur einen Hohpunkt hier. Das ist ja das Blöde an diesem Sender. Und mit Beck kommt man ja gar nicht immer hin. Man sieht da ja dann auch nichts. Weil es so dunkel ist. So ein Mist. Das heißt, ich geh jetzt da hin. Mache Home. Und holen wir Sachen, um Licht machen zu können. Das heißt, an der Stelle muss ich dann auch wieder zum Tinkenfisch werden. Bin ich unten? Nein, ich bin nicht unten. Mist. Ich muss aber runter sein. So. Theoretisch müsste das klappen. Boah, ist das ein bisschen nervig. Muss ich mich wieder zum Bett machen, damit ich hier durch die Gehen fliegen kann. Ja, ist ja gut. Ich weiß, es ist trocken hier. Ich habe mich jetzt zum Bett gemacht. Und sei mal schön friedlich. Ja, es ist ein bisschen kompliziert dadurch, dass man eben nur ein Home hat. Und dieses Beck eben dann unter Wasser und ohne dass man was sieht, das ist eben halt schwierig. Na gut. Aber dafür mache ich ja auch dieses Tutorial. Oder naja, was heißt Tutorial? Also dieses Art, wie soll man sagen? Let's Stress. Ja, also so ein bisschen stressig ist das schon ein bisschen nervig. Dann nehmen wir auch nur so ganz wenige mit. Nicht, dass wir zu viel und dann wieder sterben. Dahinter haben wir keine mehr. So, jetzt haben wir irgendwie Dirt. Müssen wir Dirt irgendwo haben. Haben wir Dirt, ja gut. Dirt haben wir auch noch ein paar. Da brauchen wir natürlich ein paar Fackeln. Wenn du überhaupt, dann brauchen wir ein paar Fackeln. Mindestens eine. Eine Fackel, eine Fackel. Haben wir keine. Gut, dann werden wir viermal machen. Und dann gehen wir da mal wieder gucken. Oh, da wollte ich ja was anderes gekräftet haben. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Da haben wir jetzt leider andere Prioritäten. Denn ich wollte euch das ja schon zeigen. So, dann kommt das wieder da rein. Okay. So. Macht aber nichts. Jetzt gehen wir da wieder. Wir müssen was zu essen mit. Und sterben wir da bei bei vollen Töpfen. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu essen. Hier was. Was? Das ist alles im Grab. Das ist alles im Grab. Das ist aber super wohl cool. Da haben wir gar nichts zu essen hier. Noch nicht mal so ein altes Brot. Oder was? Doch, Brot haben wir noch ein bisschen da. Na ja, gut. Das kann man ja erstmal überleben. So. Na gut. Dann werden wir uns jetzt ein bisschen heilen. Und wenn wir dann fertig sind, gehen wir runter. Zuerst machen wir weg. Und dann versuchen wir möglichst schnell hier so ein bisschen was hinzupflanzen. Wo wir eine Luft kriegen. Das ist ja ein bisschen nervig, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Braucht doch so der Power Armor. Back. So. Und jetzt gehen wir wieder runter. Und hoffen, dass wir das da irgendwie hinkriegen. Boah, das ist so hoch, das Wasser. Das ist so von 59er, 64er, was das war, bis ganz Wulter. Und man sieht absolut gar nichts hier. Das ist ja total ätzend. Was ist das jetzt? Das ist ja gar nicht falsch. Moment mal, was haben wir hier? Hier sind wir doch gut. Hier sind wir gar nicht schlecht. Wo ist die Bank ab? Moment mal. Das ist ja gar nicht falsch. Da habe ich ja Glück gehabt. Das habe ich ja vorhin bloß nicht gefunden. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Musste so kommen. Block Update. Und schon sind die Fackeln weg. Ah ne, ich habe es ja noch mal wieder gefunden. Jetzt muss ich hier erstmal wieder Luft haben. Mist. Das war jetzt nicht sehr gut. Ich muss jetzt mit dem Block Update hier oben mal ein bisschen so machen, dass der Block Update keiner ist. Mal gucken, ob man hier oben was mit dem Grab sieht. Grab, Grab, Grab. Seht ihr meinen Grab? Warum seht ihr keinen Grab? Vielleicht geh mal runter. Und wandel mich mal zu unserem kurzen Fisch um. Und das kann ich ja dann hier machen. Schauen wir mal. Tit, Fisch. So, aber es ändert natürlich nichts daran, dass ich nichts sehe hier. Leider. Aber wir werden jetzt hier ein bisschen die Möglichkeit schaffen, Licht zu haben. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte hier. Das dauert mir deutlich zu lange. So, und da drauf. Kommen jetzt erstmal ein paar. Aha. Dann sieht man wenigstens ein bisschen was. Nicht so wirklich viel. Ich muss jetzt hier versuchen. Erstmal mein Grab. Leute, das hält euch echt auf. Und das tue ich euch jetzt echt nicht an. Wie ich mein Grab wieder finde. Ich mache da mal Cut. Und wir werden das dann gleich sehen. Ich lasse einfach laufen. Schneide das zusammen, so wie es passt. Dann kriegen wir das schon. Wie bauen wir denn das, das wir hier nicht haben. Wir bauen noch ein paar Sandblöcke nebeneinander. Was heißt übereinander? Dann lassen wir wieder Luft holen hier dran. Dann wieder raus. Der Gedanke war ja, das war von hier aus. Irgendwie da Luft rein kriegen. Und das da weg machen. In der Hoffnung. Nein, das geht natürlich nicht. Ist klar. Ja, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht wirklich gut. Jetzt müssen wir hier nebenan noch ein Block hinpacken, dass da kein... So, da haben wir jetzt Luft. Und da das gleiche. So, da haben wir jetzt hier Luft. Ja, haben wir. Dann brauchen wir hier noch einen hin. Und jetzt muss hier auch noch einer hin. Theoretisch zumindest. So. Das geht nicht. Wie kriege ich jetzt diese scheiß Fackel dahin. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause und craften uns irgendein Teil, was man da hinbauen kann. Brett oder sowas. Machen wir uns ein Brett. Das ist ja nicht so. Sticks haben wir ja schon. Das ist ja schon mal gut. Dann nehmen wir das hier mal raus. Das bringt ja jetzt sowieso erstmal nichts. So. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier wieder unsere Sachen kriegen. Das ist eine zu viel. So. So. Bretter haben wir jetzt. Ich werde es heute mal ein paar mehr machen. Wäre nicht ganz falsch. So. Weg. Schauen wir mal, was uns da so begegnet. Nein. Gut. 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 ich glaube jetzt habe ich das hingekriegt das brett ist weg das heißt damit habe ich licht so was natürlich mein problem noch nicht so ganz löst aber jetzt werde ich mich mal als tintenfisch wieder verkleiden und draußen hingehen und gucken wie man da das scheiß ding jetzt findet das grab endlich was will ich ja nun jetzt haben ich will mein grab das licht ist aber dünner hier ich glaube das mache ich als bett besser es ist nur scheiße dunkel hier das licht bietet nichts nur an der stelle was kann ich ja hier so rausgucken ist dass man da was sieht sieht einer von euch mal gerade oder ist das da vorne das da vorne sieht so ein bisschen grafisch aus das ist das grab aber das grab hilft mir jetzt noch nichts weil ich noch kein werkzeug dafür habe das habe ich ja auch wieder auf jeden fall ist klar da vorne ist der grabstein und da kriege ich meine items wieder ihr könnt mich mal definitiv gut so das heißt ich muss jetzt mal eine hacke haben denn mit der hand das bitte nix das heißt ich gehe jetzt mal wieder home und dann werden wir uns ordentliches recht sich holen und dann kriege ich mein kram wieder das geht ja überhaupt nicht dass ich das hier auf die art und weise verliere und dann freue ich nicht wieder kriege ich das geht ja überhaupt nicht so gucken dass wir hier was ordentliches kriegen und dann müssen wir noch ein paar sticks haben das sind langsam knapp hier mit den rohstoffen die ich hier habe habe ich auch kein keine steine mehr doch ich habe cobblestone hier kompass cobblestone habe ich ja massenweise irgendwo weil ich nicht so viel platz haben wollen verbraucht da hier kompressed cobblestone das ist auf jeden fall genug da kriegen wir ein paar raus so ok das heißt wir werden jetzt hier noch einen stick bauen dann werden wir uns eine steinspielshacke bauen die kann uns wenn sie uns verloren gehen sollte irgendwo ziemlich mal am los irgendwo blasen gut das heißt dann werden wir hier die schilder noch aufstehen haben wir glück dass wir da im trocknen stehen kommen und back dass wir uns ein schild hinstellen da wo das grab sein soll da ist das grab wenn es dann hier ist haben wir jetzt hier was zu sehen das problem ist dass wir hier noch nicht ganz erkennen können ob wir da tausend teile nicht wieder kriegen oder doch tausend teile das habe ich auf jeden fall ja als würde ich hier mal im etat das hat wohl irgendwie geklappt nicht alles wahrscheinlich aber mal gucken auf jeden fall die rüstung schon mal und meine schöne spitzhacke mein eisenschwert ja da haben wir doch ein bisschen was gerettet was zu essen haben wir auch noch ja so und jetzt aber bitteschön bin ich jetzt hier in unserem neuen standort ja gut muss man halt sehen was das standort hier unten ist das sieht ja schon mal gar nicht falsch aus jetzt sind wir quasi hier in so einer truse drin aber ich kann jetzt wenigstens was fackel mäßiges noch nicht mal na gut man sieht das so ein bisschen und wir werden natürlich hier ist alles noch aufbohren aufbauen wir werden hier oben ein glasdach drauf kriegen also gut das ist natürlich jetzt eine super geschichte das heißt an dieser stelle muss ich jetzt immer hin und her und ich darf diesen home punkt natürlich nicht vergessen das ist ja kein home punkt das ist ja leider nur ja wie soll man sagen sondern so ein backpunkt ja also die kann ich auch verlieren falls ich irgendwo mal sterbe und nicht hier sterbe also gut was brauchen wir brauchen ganz ganz viel glas um hier oben erstmal so ein bisschen ja eine arbeitsfläche zu schaffen dass uns das hier unten drunter nicht immer mit wasser voll nervt aber wir können uns ja mal ein bisschen umgucken was hier unten schon alle gibt das ist leider alles sehr wassermäßig hier ja das gefällt mir gar nicht das gefällt mir noch gar nicht so ganz richtig aber gut das werden wir hier alles schön machen das sind ja auch solche Ohrenbusches da sind noch ein paar mehr das ist eine schöne große Hülle ja ist ja cool achte auch die nehme ich sofort mit gut für den Fall dass es irgendwie mal abhanden kommen sollte xp ist immer wichtig so ja wir haben ja keine kein 15 auto äh 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 Gut, ich denke mal, das war es jetzt erstmal. Ich werde das ein bisschen sammenschneiden, die Längen, die Phasen da rauskommen. Aber hier sind wir erstmal sehr, sehr gut aufgehoben. Das wird sicherlich Spaß machen, so eine Unterwasserstadt zu bauen. Und hier gibt es ja, wie gesagt, dieses Town-Plugin, wo man dann eben auch richtig eine Stadt machen kann. Gut, wir sehen uns in einer der nächsten Fortsetzungen, denke ich mal, vielleicht auch mal wieder auf dem anderen Diabon-Seum, wo ich ja mal gewesen bin. Ich hoffe, dass der wieder onkommt. Der ist ja nur über das Wochenende irgendwie nicht da. Und deshalb bin ich ja hier quasi neu angefangen erstmal. Ja, und ansonsten werden wir natürlich möglicherweise im Januar selber einmachen. Das wird man sehen, obwohl ich eigentlich fast schon der Meinung bin, und da könnt ihr ja auch eure Meinung zuschreiben, dass man weniger Admin macht und mehr spielt. Und dann kommen auch mehr Tutorials und mehr Videos zusammen und dann hat man alles insgesamt besser. Gut, aber das sehen wir noch nicht so weit. Das werden wir dann sehen. Was natürlich auch noch wichtig ist zu sagen, klar, immer abonnieren und liken ist klar und kommentieren sowieso brauchen wir natürlich. Guck dir mal ein Wiki. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.